Und weiter geht´s! Ja, wie weiter? Was haben wir denn jetzt eigentlich vor? Ich will mal gucken, wir mussten, glaube ich... Nein, komm mal her, ich glaube, wir mussten hier mit Kollegen Zinnemäuer reden. Lass die doch in Ruhe! Lass die, ey, jetzt lass das arme Mädel in Ruhe! Wir müssen, ich glaube, wir mussten, mussten wir nie mit der Bimbo hier reden? Ich doch nie! Quatsch dir mal an! Will er nicht! Sollst nicht schlagen, du sollst nur anquatschen! Ich hab ein Paddel gefunden! Wir könnten gleich mal hier, kommt mal mit, ich weiß, wo wir hingehen könnten. Warte mal, wollen wir die Hauptquests jetzt hier? Nein! Nee, nee, Auto, wir könnten hier, hier ist doch noch was gewesen! Müsst ja mit mir mal mitkommen! Ja! Mit dir! Weißt du kannst ältere Hinweise im Extra-Menü aufrufen! Schon wieder? Ja, ja, stand bei mir gerade da! Doch, Dirk, komm einfach mit uns mit! Hab ich überhaupt ne Waffe? Ja! Willst du eine? Nee, ich hab jetzt eine! Gibt's da was, kostenloses? Was zum Essen! Nö, brauch ich heute nicht! Ich hab dich aber mal nicht schon wissen! Die kommen auch wieder alle! Wohin denn jetzt? Hier lang, Gemma! Oh! Wartet ihr auch mal auf mich? Oh mein Gott! Ja! In Sand, wa? Ja, ja! Ich will auch mitmachen! Ich will auch mit eintreten! Was hast du denn da feine? Deine Militär-Machete? Ja! Cool! Los, Abgang! Hier, ähm Dirk, nimmst du mal dein Fass mit? Ja, nimm Fass mit! Juhu! Meins! Juhu! 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 Ob das Auto noch fährt? Juhu! Wirst du sehen, wenn du drin ist? Nee! Echt nee! Es war ja abgefackelt! Hast du den Monokoktel draufgepinallt! Stimmt, stimmt, stimmt! Da war ja was! Boah, du... Du bist n' Held, ey! Hey, da waren Zombies! Wo denn? Ich hab Angst vor Zombies! Du kannst scheiße springen, ey! Wo sind Zombies hier? Oh! Ballspielen! Nein, das ist der böse Ball! Nie mit den! Das ist ein Cheater-Ball! Ah! Hallo! Hä? Wo bist'n du? Guck mal mit wem er spielt! Hallo! Macht er Spaß? Der kann... Der kann Freunde kennen, wa? Mhm! Bist doch besneidig! Oh, guck mal an Teddy! Geht nie weg! Nee! Guck mal, ein Explosionsfass! Was? Scheiß drauf, ein Explosionsfass! Komm jetzt! Hemmung! Echt jetzt? Hau ab! Wo machen wir'n jetzt hin? Hier lang! Folge uns einfach, Mensch! Das Fass ist schwer, Mensch! Hier oben ist noch ein Pass! Ja, nimm's mit! Not! Nimm's auf die Schultern! Du, das reicht doch, wenn du eins auf die Schultern nimmst und das andere trägst, oder? Die haben doch schon alle! 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 Kommt da eigentlich mal? Da braucht ja ewig da, Junge! Sag mal, wo machen wir denn überhaupt hin? Du, Sven! Sven, wollten wir denn hier auf den Berg? Wollten wir denn hier auf den Berg auch noch? Können wir dann machen! Mit dem Pass! Wir können ja erstmal hier was besuchen! Oh, ey, Nummer 6? Das kommt mir unbekannt vor, kann das sein? Wer rennt da, dieser Schmuck? Oh, viel bisschen zu spät, wa? Ja, hier ist noch einer! Was ist denn das? Hier hast du was, Sven! Hier hast du was für dich! Warte, ich schau mal nach! Ah, naja, nicht unbedingt! Los hier, quatschen den an! Ja, mach ich! Ja, mach ich! Gucken, schon haben wir einen neuen Freund! Bist du! Munition! Ey, das war meine! Ich hab keine gekriegt! Was soll das? Wo ist denn der jetzt hingegangen? Rein! Wo ist denn der? Hier, komm mal her, ich will auch meine Munition haben! Oh! Hier kann man ja was schließen! Ähm! Maybe there is something inside! Ich kann nicht nur dort schließen, aber ich hab's sein gelassen! Ich weiß nicht, was das ist! Ey, Dirk! Hier! Nimm mal meine Munition mit! Dirk! Nimm die Munition mit! Geht nie! Ich hab keine... Meine Pistole ist voll! Hier ist ein Plan! Hier ist ein Plan, Dirk! Sven! Komm gleich! Komm gleich! Er erinnert doch komisch die Decke an! Guck, wo ist denn da oben? Wo? Wo guckt denn da die Decke an, hä? Der guckt ganz weit auf die Decke! Ach, scheiß doch auf die Decke! Wir sind... Soll ich mal drehen hier? Ist so ein Ventil? Drehen mal! Wo ist denn hier ein Ventil? Ach, öffnen und schließen! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Ich geh mal hier hoch! Hier ist ne Leiter! Vielleicht muss ich ja hier was machen! Der ist man ja nicht! Ich schließe mal das Ventil! Ne, hier ist nischt! Hier ist nix! Also war das nicht hierfür! Keine Ordnung! Ich lass mal geschlossen! Warte mal kurz! Stell... So, jetzt kommt mit! Warte mal kurz! Ja, warte mal! Ich hab da auch noch ne Wache! Ich müsste mal nachladen! Ja, ich mach das nämlich auch gerade! Ne, nachladen muss ich hier nicht! Da kann ich... So, hier war der Plan! Hast du noch ein bisschen Moon? Ne, war schade! Hier steht dasselbe wie beim Dings hier! Ähm, warte mal! Wir gehen jetzt mal hier! Komm mal her! Komm mal her! Die Rettungsstation hier! Nuls, geh mal! Kommst du mit durch den Gully? Was? Geht doch nicht durchs Gully! Wie? Ihr seid Gully jetzt, oder was? Doch! Ja, komm ins Gully rein! Oh, was ist denn hier los? Geh dort weg! Haust du runter? Ja, warte! Was ist denn da oben schönes? Geht ich gar nicht an! Du kannst mal die Kiste öffnen! Die brutale Sichel! Kannst du nehmen! Ja, mach ja gleich! Scheiße, komm ich nicht hin! Hau mal runter! Hau mal runter! Ja, ich geh hier! Jetzt hab ich's fast in Ordnung geknallt! Sven, brauchst du eine brutale Sichel? Jetzt liegt's dort! Wie ist das? Habt du noch ein Fass? Ah ja! Warte mal, ich komm erst mal runter, bevor du das machst! Das will ich sehen! Oh, alter Portal! Zum Glück war ich weg! War da oben was Interessantes? Nein! Das Bärmschönzimmer, da war... Hey, guck! Blauer Schädel, ne? Den hatte ich ja! Cool! Oh, was ist denn das? Oh, ich hab nen Teddy gefunden! Oh, nen Teddy haben! Weg! Cool! Hier ist ne... Hast du nen Teddy geknallt? Ich hab ne... Ich hab ne Sichel grad eingesammelt, also wenn wir dann eine brauchen sollten... Irgendwann mal ne... Was war denn das für eine? Ne Sichel mit 500, nachher wahrscheinlich! Och, ist das geil! Scheiße! Dich war... Dich war zu langsam, ist ja egal! Ne, was denn? Kann man dann tauschen! Ähm... Hat jeder was? Ja, rein! Ich bin durch! Hier war das! Guck mal, hier ist die andere Seite! Echt jetzt? Höchstwahrscheinlich! Nein! Quatsch! Bist du bläde? Hier war der Teddy dran! Stell dich mal dahin! Ich guck jetzt mal durch! Hier war der Teddy dran! Doch, da war! Oh! Oh! Nessliche Fratzen! Das... Das ist ein... Das ist ein Funko, ey! Wie er doomed! Oh Gott! Kommst du jetzt? Ich hab nen Fahrzeug besorgt! Hier, warte mal! Das ist durchsichtig! Komm mal her! Hier ist das... Hier mit dem Ventil! Guck mal hier! Genau! Drück immer am Ventil rum! Nein! Komm mal her! Hier, guck mal hier! Ist Gas! Ja! Mach mal das Ventil! Ich mach mal Ventil aus! Ja! Ey! Ich... Ich... Clinch! Äh... Punko! Ich drohe den Specs aber nicht! Rinn, 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 rinn! Ach hier! Dex not in Sean! Geh weg! Geh weg! Oh scheiße! Der hat's angemacht! Ey! Kann hier weggehen! So, was war denn drinne? Erzähl dir mal! Das sag ich dir gleich! Wartest du aber mal! Das ist doch sinnlos! Kann auch mal durchsichtig! Hätt's mir jetzt nicht gesorgt! Und, was Interessantes heute? Ja... Ich kann's nie aufnehmen! Ich will's haben! Ich kann's nie aufnehmen! Ich will's haben! Wenn du bist ja voll, dann wär auch was weg! Ich will's haben! Ich will's haben! Ich kann's nie aufnehmen! Nein! Ich kann's nicht nehmen! Doch! Das war bei mir auch so! Du bist voll! Nein! Ich hab ja extra was weggeworfen! Ey Jungs! Ich hab jetzt mal ne Frage bevor wir losfahren! Na? Ist das Auto bei euch vollständig? Ja! Noch ja! Noch ja! Ich hab hier nämlich bloß die Waterhaube! Ich hab die linke... Die linke... Die linke Fahrradtür! Die rechte Fahrradtür! Bei mir ist vollständig! Und ich hab bloß die Heckklappe hier! Weil sonst ist bei mir nichts da! Wir fahren dementsprechend in der Luft! Cool! Oh das ist scheiße! Ich kann durch den Boden sehen! Ich krieg Angst! Das müsst ihr euch angucken in dem Video dann! Das ist so! Okay! Fahr! Ich würde hier mal das Rocket Hasi haben! Du hast ja nie erstmal ein Lenkrad in der Pforte! Machen wir jetzt die Hauptquests? Oder was ist? Ich guck grad mal nach! Was könnte man denn machen? Ich wollte nochmal auf den Berg gehen! Achso! Die Autos! Ne mach mal später! Ich geh woanders was nachholen! Warte mal! Ich wollte nochmal über die Insel gucken! Ja! Ja! Ich hab hier lang! Ja ja! Noch! Noch wurde mir angesagt, dass man das Spielfeld verlassen hat! Also glaubst du hier lang! Oh Gott! Was für eine Scheibe! Die haben mir die Scheibe kaputt gemacht! Was für eine Scheibe! Was hast du gesagt Dirk? Da war ein Explosionskunde wieder! Also mein Kumpel! Ja! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Huch! Push! Naja das kann mit uns so ein bisschen lächeln! Oh! Scheiße! Wenn wir jetzt jetzt gleich kommen, wir beten Seiten hier so eh da! Bumm! Bumm! So warte mal! Jetzt müssen wir hier auch schon halten! Was machen wir hier? Was suchen wir denn? Was suchen wir denn? Was suchen wir denn? Eine Art Kiste! Warte lass mich mal kurz Karte! Äh die Kiste! Warte! Dir fehlt ein bisschen Leben! Digga! Mir? Ach! Täuscht! Ach hier ist ein Segelboot! Ein ungeklicktes Segelboot! Gut! Gucken wir uns mal hier oben! Das geh ich mal kontrollieren! Das geh ich mal kontrollieren! Vorder-Vorder-Dienst! Ich weiß nicht ob du es richtig gesehen hast! Da ist eine Kiste! Und was ist? Ich weiß nicht ob du... Metallknüppeln schwere! Ja das ist für dich! Machen wir mal auf der anderen Seite von dem Hügel hier! Ja! Einsteigen! Ja das kommt man schon! Ja das kommt man schon! Was denn los? Findest du dir nicht? Ne ich find das ganze Auto nicht! Was mit der Höhle dazu? Höhle? Was denn eine Höhle? Der riech... Warte mal! Der riech... Uch! Das täuscht! Du kam ja grad durch! Boah hier ist alles Wasser! Warte ruhig! Komm einfach unter der Motorhaube durchgekrabbelt! Wie so ein Schimpanse! Ey! Ne! Jetzt mal ohne Scheiß! Ich hab hier bloß... Motorhaube! Hinten die Heck... Die Heckklappe hab ich! Die linke und die rechte Tür habe ich! Raus hier! Ein Auto muss doch so sein! Ich habe nichts! Wir haben sonst nur... Na brauchst du doch fürs Auto nie! Wir haben sonst nur... Guck mich auf! Ach hier! Wir fischen! Ey wo ist die Angel? Ach hab ich da hin! Äh... Was machen wir jetzt hier? Das sieht gut aus! Wir suchen was! Was denn? Du! Geht das? Das geht nicht! Wir suchen unseren Schatz! Was für den Schatz? Ach die Fässer! Die Rosen müssen meinen! Kommst du nicht vor? Hm... Komisch! Scheiße! Tschüss! Was? Scheiße Tschüss? Was muss man da finden? Hallo! Ja genau die... Genau die musst du finden! Ach sooo... Meine Freunden? Hier! Die Freunden ist mein Kumpel! Oh der hat wieder Selbstmörderfleisch! Ja! Nimm das mal mit! Brauchst du für manche Mods! Wo geht denn das hier hoch? Wo häng ich denn hier? Ich hab was... Ich hab... Ich bin oben! Ich bin gleich oben! Ach ihr wollt! Ich weiß wo... Ich weiß wo ich denn wollt! Nein wollen wir nicht! Ich hab's! Wo die oben die... Wo bist denn du? Oben! Wo die Dinger sind! Nein! Das war nicht der Berg! Doch! Das war hier! Das war der nicht! Das war hier! Wo bist du? Hä? Sven? Du bist auf dem anderen? Ich bin da wo es da hingehört! Ich hab einen grünen Schädel! Hast du ihn gefunden? Ja! Ab ins Auto wieder! Oh! Da war ich auf dem Fall schon die ganze Zeit! Okay! Ja! Wo ist denn das Auto? Na unten! Beim Strand! Ja die vier... Ja die vier Einzelteile hier! Die in der Luft hängen! Boah das Wasser ist hier fast! Kehl kommt tief ey! Was? Na ich war bis... Bis zur Kehle im... Wasser! Los! Halt drauf! Ein hier! Bin schon! Äh... Gucken wir mal... Wo gehen wir denn hin? Am besten! Hast du ausgemacht? Ja ich hab den Motor ausgemacht! Ich will mal kurz gucken wo wir hinmischen! Welchen Motor? Welchen Motor? Ey wenn du meine Aufnahme siehst ey... Du wirst dich... Check ich nach in was wir fahren! Mhhh... Wir fahren auf der Luft! Mhhh... Wir fahren auf der Luft! Mhhh... 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 Vielen Dank.